Wir schreiben Sonntag den 29.05.2016 wo die erste Online-Liga von uns hier begann und zwar die FNZ-Megakoop Lauf 1 hier im Bahrain wir sehen nun die Sicht vom Kollegen Max Dank für die Aufnahme wo du mir noch zur Verfügung gestellt hast ja auf alle Fälle hier sehen wir erstmal das Rennen eine kleine kurze Edit um dich bezogen ja ich wünsche euch viel Spaß das war unser erstes Liga-Rennen hier und ja los geht's Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind You can hear me in your mind Run so fast As you can go Time will catch you before you know Are you afraid of the dark? Are you scared? You know I am you Will you? Do I? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.